Und, boom! Holy, das sieht geil aus! Oh mein Gott, Digga, sieht das cool aus! Let's go, Freunde! Oh mein Gott, was? Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video von mir. Heute habe ich ein richtig krasses Video für euch, denn heute werden wir jedes Gadget, oder ehrlich gesagt, die krassesten Gadgets, gleichzeitig in eigene Spiele zünden. Also zehnmal jedes Gadget gleichzeitig und das wird absolut krass werden. Wir sind hier gerade übrigens live im Stream hier und kommentiert mal, wenn ihr im Stream dabei wart oder nicht, in die Kommentare rein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich werde auf jeden Fall ganz viele mit dem Herz favorisieren, ihr wisst Bescheid. Gebt auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben auf das Video und wir switchen jetzt rüber, Freunde. Let's go! Also! So! Lobby ist voll! Wir starten als erstes mit Brook, seinem Gadget. Brook, sein Gadget, sorgt dafür, dass er einmal auf den Boden schießt. Ihr kennt es sehr wahrscheinlich. Und dann fliegt Brook weg. Wir spielen auf der Map Dunkle Passage. Und, ja, Mann! Okay, versammeln wir uns alle in die Mitte rein. Und dann auf mein Kommando, sobald ich das Gadget als erstes einmal mache, dann machen das alle gleichzeitig. Macht ihr eine Kiste kaputt, Leute? Also, ja, ja, hier kommt. So, okay, nice. Okay, also. Wir sind bereit. Oh, okay. Nicht auf mein Kommando gehört. Egal, es geht direkt los. Es geht direkt hier los. Das soll auf jeden Fall bei den nächsten nicht nochmal passieren. Oh mein Gott, Digga. Aber es ist schon so lustig, wie das hier aussieht. Es sieht aus wie so ein, keine Ahnung, Rumgecatcher, Alter. Richtig geil. Wir machen jetzt Kahl. Jeder nimmt Kahl. Alle Kahl. Und hört mir genau zu. Wir werden jetzt alle im Game schnell unsere Ulti aufladen. Das heißt, das Wichtigste ist, nicht uns gegenseitig zu killen. Das ist das Wichtigste. Lieber wartet ihr ganz kurz, anstatt den nächsten Schuss abzugeben, der vielleicht jemanden killen könnte. Also, drückt bereit. Ulti aktivieren und dann im Kreis, also direkt danach das Geduit aktivieren. Okay? Verteilt euch am besten. Am besten hier verteilen. Okay, und go. Let's go. Okay, nice. Sehr gut, Jungs. Keiner zugehört, oder was? Was war das denn, Digga? Was? Bruder. Leute, ihr habt das... Einfach kurz alle gestorben gleichzeitig. Nochmal. So, ich hab meine Ulti. Okay. Verteilen. Und jetzt nicht gegenseitig aufeinander. Gehen, sondern einfach schön alles blau machen. Voll mit Flammen. Okay? Drei. Zwei. Eins. Und go. Let's go, Freunde. Wir machen... Oh mein Gott, sieht das krass aus. Das sieht heftig aus, Digga. Warte, wir können es nochmal machen, Leute. Nein. Warte, wir können es nochmal machen. Die restlichen Überlebenden. Die restlichen Überlebenden. Dann kommt er. Wir machen das jetzt nochmal. Jetzt leitet einfach mein Ulti auf. Okay. Einen brauche ich noch. Wir machen das jetzt noch mit zu fünft hier. Okay. Okay. Er ist down. Also jetzt habe ich die Ulti. Okay. Nice. GG. Und go. Alles voll machen hier. Okay, Digga. Eben sah es schon krass aus. Also komm, wir kennen uns hier. Also, der nächste Brawler, den wir nehmen werden, ist Penny. Alle die erste Star Power. Also, machen wir am besten alle im Kreis. So. Wollen wir das Geschütz in die Mitte platzieren? Das klingt gut. In die Mitte, okay? Drei. Warte, ich muss nicht unten platzieren. Ich muss unten sein, wegen der Aufnahme. Ich muss unten sein. Okay. Und go. Und boom. Holy shit, Digga. Das sah wild aus. Warte, wir könnten es nochmal machen. Ein paar haben überlebt. Wir können es nochmal machen. Wir können es nochmal machen. Pass auf, Digga. Yuspi passt doch auf, Digga. Ich schwöre, gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn von ihm. Gar keinen Sinn von ihm. Er holt ihn einfach so. Einfach bewusst auch noch, richtig. Aber okay. Dann klappt es nicht nochmal. Gönnt euch natürlich auch den Crowbro-Merch. Erster Link in der Beschreibung, Freunde. Wer noch nicht den Merch hat, der hat ihn nicht. Deshalb gönnt euch den auf jeden Fall. Und als nächstes, Rosa. Ich schreibe es in den Chat rein. Die erste Star Power einfach. Und wir wollen die ganze Mitte voll mit Büschen machen. Okay? Das ist das Ziel. Also nicht zu nah einander platzieren. Wir können es ruhig eigentlich der Reihe nach machen. Das Gadget. Wir haben es ja erstens mehrfach. Zweitens. Wir können das der Reihe nach einfach machen. Wir müssen es ja nicht gleichzeitig machen. Habt ihr den Merchant geholt? Ehre, Bikefreaks. Freut mich auf jeden Fall zu hören. Also lass wirklich versuchen, die ganze Mitte voll zu machen. Dass kein Spot mehr frei ist. Das wäre wirklich richtig wild. Okay, so. Ich fange mal hier an. Ich fange mal hier an. Weiter arbeiten, Leute. Lieber ein bisschen warten. Anstatt, dass ihr aufeinander gleichzeitig zündet. Das Gadget, ne? Guck mal da. Ja, genau das, was gerade passiert ist. Okay, nice, Digga. Das sieht schon geil aus. Hier warte ich für die Lücke. Da ist auch noch eine Lücke, Freunde. Da ist auch noch eine Lücke. Da ist auch noch eine Lücke. Warte, ich mach mal hier. Oh, scheiße, Digga. Okay, warte. Hier muss einer sein Gadget noch aktivieren. Hier. Hier, Freundin. Okay, sehr, sehr krass. Aber haben wir nicht geschafft, voll ganz zu zu machen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber sieht auf jeden Fall krass aus, Digga. Wir haben kurz eine neue Map geschaffen, Alter. Wir haben kurz eine neue Map geschaffen. Okay, komm, wir können uns gegensetzen. Wir haben ja anscheinend ein anderes Gadget nicht mehr. So, let's go. Richtiger Rosa-Fight hier in der Mitte. Okay, GG. Geil. Oha, wie viele leben noch. Krass, Digga. Richtig viele noch am Leben hier. Als nächstes nehmen wir deine Mic, Freunde. Als nächstes deine Mic. In drei, zwei, eins und go. Let's go, Freunde. Oh mein Gott, was? Server-Error. Wir haben es nochmal geschafft, Alter. Was? Ich dachte, das wurde gefixt. Was, Digga? Server-Error. Bruder. Kurz, Bro, ist das abgeschmiert? Abgeschmiert. Lol. What the fuck, Digga? Okay, nochmal. Nochmal. Diesmal verteilen wir uns. Diesmal verteilen wir uns. Und wir werden das nicht gleichzeitig machen. Immer ein bisschen so ganz, ganz leicht verzögert hintereinander. Komm, ich zünde es jetzt. Oh mein Gott. Wieder Server-Error. Aber es hat, es hat länger gehalten. Wir haben es, wir haben es länger gehalten diesmal. Aber auch krass. Das sah wirklich heftig aus, Mann. Das sah wirklich krass aus. So. Okay. Jetzt, wie gesagt, der erste legendäre Brawler. Und zwar werden wir jetzt Leon machen. Wir zünden die Klone auf meinen Kommando. 3, 2, 1. Go. Nice. Nice auf meinen Kommando, Jungs. Ey, das sieht geil aus. Oh mein Gott, Digga. Sieht das cool aus. Sieht das. Hört auch auf, die kaputt zu machen, Leute. Nicht kaputt machen. Achso, ne. Die machen neue. Okay. Krank, Digga. Das sieht heftig aus. Aber ein paar machen die kaputt. Ah, das sieht super krass aus, Digga. Das habe ich noch nie gesehen. Was, Digga? Das sieht aus, als wären die 20 Spieler im Game. Richtig krass, Digga. Geil, Mann. Okay. Jetzt können wir ein episches Bett machen. Ich habe keinen Klon mehr. Komm. Jetzt können wir von Weitem uns alle anhitten hier. Komm. Let's go. Pures Massaker. Guck mal, ich bin hier mit meiner Ulti. Kriegt mich einer down? Okay, nächste Ulti. Boah, es wird knapp, Digga. Es wird knapp, Digga. Es wird knapp. Ich bin down. Okay. Kommt alle raus. Let's go, Leute. War geil. War bis jetzt mit am geilsten. Mit Dynamike auf jeden Fall mit am geilsten. Jetzt, Leute, kommt der nächste Brawler. Und zwar machen wir jetzt Spike ineinander stellen. Und sobald... Okay, warte. Der muss noch kommen. Der muss noch kommen. Komm, Bro. Komm. Komm. Komm rein. Okay. So. Alle Gadgets. Zehn mal das Gadget von Spike. Drei. Zwei. Eins. Nice. Ich habe es nicht gezündet. Gut, Jungs. Danke auf mein Kondo. Aber okay, wir machen das nochmal und wir stellen uns alle auseinander. Das sieht besser aus. Ich platziere mich hier hin. Hier ist schön. Und drei, zwei, eins und go. Oh mein Gott. Server Error. Wir haben es geschafft, mit Spike zu crashen. Wir haben es geschafft, mit Spike zu crashen. Was? Loy, Digga. Loy. Nice Server Crash, Bro. Nice. Okay. Machen wir mal Bo. Wir machen jetzt Bo, Freunde. Okay. Komm. Wir müssen nicht aufeinander, Leute. Nicht aufeinander. Hallo. Nicht aufeinander. Nicht au... Ach, Leute. Oha. Das sieht ja krank aus aufeinander. Okay. Mach mal Platz. Mach mal Platz, Leute. Okay. Warte mal. Das sieht ja crazy aus. Das leuchtet ja übertrieben intensiv. Richtig krass intensiv, Mann. Bruder, das ist ja das Ultra-Leuchten hier auf dem Boden unter uns. Crazy. Okay, warte. Wir haben unsere Ulti, okay? Wir können jetzt die Minen alle gleichzeitig hier vorne platzieren, okay? Kommt. Einfach... Ja, okay. Jetzt... Wir machen die Minen hier hin. Hier hin. Hier hin. Okay? Komm. Da in die Minen. Alle dahin platzieren. Dann laufen wir gleichzeitig alle durch die Minen. Das wird krank werden. Warum habe ich eigentlich meinen Goldmechano nicht genommen? Oh nein. Jetzt fängt er erst an uns zu killen. Hört auf. Tschuld. Okay, warte. Wir haben jetzt gleich die nächste Ulti. Alle hier vorne platzieren. Alle hier vorne, wo ich ihn gemacht habe. Da hin. Da hin. Komm. Da hin. Ey, warte mal. Ich muss einmal hier kurz so... Sorry, Bro. Jetzt hier vorne. Okay, komm. Wir können durchlaufen, oder? Komm. Lauf durch. Let's go. Oh mein Gott. Ich bin in den Sinn dauernd. Oh mein Gott. Wie viele? Oha. Was? Digga. Crazy. Das sah krank aus. Hier sehen wir nochmal die Totenfehler. Wie so ein paar Stück. Wie das Leuchten ohne... ...dass Brawler draufstehen aussieht. Sehr, sehr wild. Okay. So. Kommt raus, Freunde. Sehr, sehr geil. Auch. Nice one. Okay, Leute. Ey. Ich würde an der Stelle jetzt das YouTube-Video beenden. Der Stream läuft jetzt noch weiter. Also, ich beende jetzt nur das YouTube-Video. Wenn ihr einen Teil 2 wollt, lasst alle einen Daumen nach oben da. Schickt dieses Video euren Freunden, weil es einfach zu krass aussieht. Wir haben es geschafft, dreimal den Server zu crashen. Ja. Dreimal, genau. Und, ja, Mann. Teil 2 ist incoming, Freunde. Sehr, sehr wild. Lasst alle ein Abo da. Und gönnt euch den Crowbar-Merch. Erster Link in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid. Gönnt euch den Do-It-Bro-Style-Song von mir. Den Broister-Song. Und, ja, Mann. Wir wenden jetzt die Aufnahme. Macht's gut. Und haut rein. Und, ja, Mann.